Musik In unserem Alltag erleben wir das, dass wir manchmal in eine stressige Situation kommen. Wir haben einen Termin und wir sind wie ausgebremst, dass wir diesen Termin nicht einhalten können. Wir müssen zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein und etwas kommt dazwischen. Oder Anliegen, die wir haben, mit jemand uns zu treffen oder irgendetwas anderes zu tun, sind wie gestoppt, wie aufgehalten, wie ausgebremst. Und das, was wir da in diesen kleinen natürlichen Dingen erleben in unserem Alltag, das ist auch in den Glaubensdingen so. Oder in den größeren Dingen, für die wir im normalen Glaubensleben stehen, nach denen wir uns ausstrecken. Dinge kommen einfach nicht zustande. Dinge werden aufgehalten und wir können es gar nicht verstehen. Das Erbe, das uns zusteht, können wir nicht annehmen, weil es nicht freigesetzt ist. Die Finanzen sind wie gestoppt. Beziehungsstress, der sich nicht auflösen will. Oder unsere Heilung, für die wir schon so lange glauben und vertrauen und beten, sie kommt immer noch nicht durch. Und wir haben das Gefühl, etwas stoppt es, etwas hält es auf. Vision oder Eindruck von Gott, was er in unserem Leben tun möchte, kommt nicht hervor. Und es ist wie ein Staudamm, der aufgehalten ist, der die Dinge, die Gott uns gesagt hat, die er persönlich uns zugesprochen hat, dass sie nicht zustande kommen. Das sind Strategien des Feindes, wo er uns aufhalten will. Wo er grundsätzlich im Reich Gottes unterwegs ist, um die Dinge Gottes zu unterbrechen, aufzuhalten, zu stoppen, langsamer zu machen, uns einfach aufzuhalten. Dinge sollen aufgehalten werden. Ich habe gelesen, selbst das Wort Gottes wird von ihm torpediert. Denn da heißt es in Lukas 8, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg. Warum tut der Feind das? Es heißt in diesem Vers, damit sie nicht glauben und errettet werden. Das ist das Ziel des Feindes. Das Reich Gottes in seinem Voranschreiten aufzuhalten. Dass das Wort Gottes nicht gehört, nicht verstanden, nicht geglaubt, nicht erfasst wird, damit Menschen nicht gerettet werden. Das ist etwas, was er sich auf seine Fahnen geschrieben hat. Das Reich Gottes aufzuhalten und zu stoppen. Wenn wir diesen feindlichen Aktivitäten entgegenstehen wollen, dann müssen wir genau gegen diese Aktivitäten, gegen diese Pläne des Feindes entgegenstehen. Nun überkommt uns manchmal so dieses Gefühl, das ist alles so schwierig und ich weiß ja auch nicht. Und es gibt so eine kleine Unruhe in unserem Glaubensleben, dass wir sagen, ja, aber ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird und wird der Herr wirklich zu mir stehen? Für diese Situation gibt es eine der größten Verheißungen, die ich für mein Leben immer wieder in Anspruch nehme, die ich immer wieder bete, die ich glaube, die ich ausspreche, die ich proklamiere. Und diese Verheißung gilt für dich, wenn du in solchen Problemen steckst, dass du sagst, ich bin wie ausgebremst. Etwas kommt nicht zustande. Dann möchte ich dir diese Verheißung heute zusprechen. Und es heißt, zustande kommen die Pläne des Herrn. Zustande kommen die Pläne des Herrn. Du kannst durch die ganze Bibel hindurch an Beispielen sehen, wo Männer und Frauen Gottes aufgehalten werden sollten vom Feind. Denk an Esther, denk an Ruth, denk an David, an diese vielen Kämpfe. Das war alles die gleiche Strategie. Aufhalten des Wortes Gottes, das kam, damit Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und trotzdem, trotzdem kannst du in all diesen Beispielen in der Bibel sehen und nachlesen, dass der Herr seine Pläne hat und seine Pläne kommen zustande. Sein Sieg kommt in die Situationen, die wirklich wie ausgebremst waren. In einem Bibeltext heißt es, der Herr ist ein Gott des Durchbruchs. Er hat mir Durchbruch gegeben. Er hat mir einen Durchlass geschaffen. Er hat mir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Zustande kommen in deinem Leben die Pläne Gottes. Zustande kommen die Pläne des Herrn. Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020